An einem Tag, der wie jeder andere schien, erlebte Officer Darius Jones, ein erfahrener Beamter des Oakland Police Department, etwas, das einen unauslöschlichen Eindruck bei ihm hinterlassen würde. Es war Teil seiner täglichen Routine, einen jungen Jungen durch das Viertelstreifen zu sehen. Doch seine Neugier wurde geweckt, als er bemerkte, dass der Junge regelmäßig einen nahegelegenen Lebensmittelladen besuchte, was ihn dazu veranlasste, ihm eines Tages zu folgen. Diese Entscheidung sollte sich als entscheidend erweisen. Der Junge, dessen Alter kaum darauf hindeutete, dass er alleine durch die Straßen navigieren sollte, hatte Officer Jones während seiner Patrouillenwoche auf sich aufmerksam gemacht. Täglich nahm der Junge den gleichen Weg, betrat den Laden und verließ ihn nur mit seinem Rucksack. Was könnte der Grund für seine täglichen Besorgungen sein? Officer Jones, bekannt für seine scharfe Beobachtungsgabe, insbesondere im Umgang mit Kindern, fühlte sich verpflichtet, dieses ungewöhnliche Verhalten zu untersuchen. Officer Jones war fasziniert von der unermüdlichen Routine des Jungen, unfähig zu verstehen, was hinter seinen täglichen Ausflügen in den Lebensmittelladen steckte. Angetrieben von tiefer Neugier beschloss er, das Geheimnis der Handlungen des Jungen zu ergründen. Es schien merkwürdig, dass ein Kind konsequent die üblichen Wege seiner Altersgenossen mied. Tag für Tag hielt Officer Jones ein wachsames Auge auf den Jungen, sich in seine Umgebung einfügend, während er seine Bewegungen verfolgte. Schließlich kam der Moment, in dem Officer Jones die Wahrheit hinter den häufigen Besuchen des Jungen herausfinden sollte. An dem entscheidenden Tag beobachtete Officer Jones, wie der Junge mit entschlossener Miene den Lebensmittelladen betrat. Während er die Bewegungen des Jungen im Laden verfolgte, bemerkte er, dass das Interesse des Kindes besonders dem Babybedarf galt. Diese Entdeckung hinterließ bei Officer Jones sowohl Besorgnis als auch Neugier. Zu seiner Überraschung wählte der Junge ein Paket Windeln aus und legte es in seinen Korb. Fragen strömten in Officer Jones' Kopf. Warum kaufte dieses Kind täglich Windeln? Für wen waren sie? Könnte es einen beunruhigenden Grund für diese Einkäufe geben? Officer Jones war entschlossen, die Wahrheit herauszufinden. Er näherte sich der Kassiererin, die den Jungen bedient hatte, und fragte, Entschuldigen Sie, Ma'am, erkennen Sie den Jungen, der gerade die Windeln gekauft hat? Die gleichgültige Antwort der Kassiererin, dass der Junge ein Stammkunde sei, löste noch mehr Besorgnis in Officer Jones aus. Er war hin- und hergerissen zwischen dem sofortigen Handlungsbedarf und dem Drang, mehr Informationen zu sammeln. Schließlich vertraute er auf sein Bauchgefühl und beschloss, dem Jungen diskret zu folgen, angetrieben von einer Mischung aus Pflichtgefühl und Mitgefühl. Das einsame und besorgte Auftreten des Jungen beunruhigte ihn. Als der Junge den Laden verließ, folgte ihm Officer Jones aus sicherer Entfernung und beobachtete, wie sie durch bekannte Viertel ging. Die alltägliche Handlung, Windeln zu kaufen, gehüllt in Geheimniskrämerei, warf Fragen über die tiefer liegenden Probleme auf, mit denen der Junge konfrontiert sein könnte. Officer Jones war entschlossen, die Geschichte hinter diesen scheinbar routinemäßigen Einkäufen aufzudecken. Nach einem kurzen Spaziergang kam der Junge bei einem heruntergekommenen Haus am Rande des Viertels an. Officer Jones beobachtete aus der Ferne, wie der Junge eintrat, sich umsah, ob jemand zuschaute und ein Paket Windeln fest an seinen kleinen Körper drückte. Sein Herz zog sich zusammen, wissend, dass er auf etwas Bedeutendes gestoßen war. Officer Jones atmete tief durch und näherte sich vorsichtig dem Haus. Er klopfte an die Tür, seine Sinne geschärft, vorbereitet auf jede Eventualität. Wenige Augenblicke später öffnete eine erschöpfte Frau in den späten Dreißigern die Tür. Ihre Augen spiegelten eine Mischung aus Überraschung und Erschöpfung wieder. War das die Mutter des Jungen? Warum schickte sie ihn jeden Tag in den Laden? Ma'am, mein Name ist Officer Darius Jones, begann er mit sanft autoritärer Stimme. Ich habe beobachtet, dass ein junger Junge täglich zu diesem Haus kommt und Windeln kauft. Ich mache mir Sorgen um sein Wohlbefinden und möchte die Situation verstehen. Das Gesicht der Frau erbleichte und ihre Augen huschten nervös umher. Officer Jones spürte ihre Unruhe, blieb jedoch standhaft und wartete auf ihre Antwort. Kann ich hereinkommen? Ich habe mit der Kassiererin des Lebensmittelladens gesprochen, den er jeden Tag besucht und auch sie machen sich große Sorgen um sein Wohlbefinden. Ist alles in Ordnung, Ma'am? Nach einem Moment des Zögerns ließ sie ihn herein und führte ihn in ein spärlich möbliertes Wohnzimmer. Entschuldigen Sie das Chaos, ich kann im Moment nicht viel tun, sagte die Frau schließlich. In was war Officer Jones da hineingeraten? Mit einem schweren Seufzer begann die Frau zu sprechen. Ihre Stimme zitterte vor einer Mischung aus Verwundbarkeit und Verzweiflung. Sie stellte sich als Emily vor und erzählte die herzzerreißende Geschichte ihres Lebens. Eine alleinerziehende Mutter, die gegen unüberwindbare Widrigkeiten kämpfte. Als Polizist war Officer Jones mit solchen herzzerreißenden Geschichten vertraut. Am Ende sind es immer die Kinder, die am meisten leiden, dachte er. Aber er hatte keine Ahnung, dass hier etwas Dunkles und Unheilvolles im Spiel war. Etwas, das er in seiner Karriere noch nie erlebt hatte. Officer Jones erfuhr, dass Emily vor einigen Monaten ihren Job verloren hatte und Schwierigkeiten hatte, über die Runden zu kommen und für ihre Familie zu sorgen. Sie litt auch an postnataler Depressionen und jeder Tag war ein Kampf für sie. Ihr achtjähriger Sohn, Daniel, war zu einer Stütze geworden, indem er im Haushalt half und sogar leichte Mahlzeiten kochte. Aber es gab wesentliche Teile der Geschichte, die Emily dem Officer absichtlich vorenthielt. Officer Jones lehnte sich in seinem Stuhl zurück, unfähig die Geschichte zu fassen, die er hörte. Diese Frau hatte so viel durchgemacht und hielt sich kaum über Wasser. Ihr armer Sohn trug eine schwere Last auf seinen Schultern, in so jungen Jahren. Mit einem Lächeln im Gesicht bot Daniel Officer Jones eine Tasse Kaffee an. Aber der Officer hätte wissen sollen, dass mehr dahinter steckte. Danke, Kumpel, aber das hättest du nicht machen müssen, antwortete Officer Jones. Daniel sah sehr müde aus, aber so aufrichtig. Er konnte die freundliche Geste des Jungen nicht ablehnen. Ich sehe dich jeden Tag zum Laden gehen. Ich wollte wissen, ob es dir gut geht, Freund. Daniel zeigte einen ängstlichen Blick. Verheimlichte er etwas? Du kannst mir alles erzählen, Daniel. Hab keine Angst, du bist jetzt in Sicherheit. Daniel begann nervös zu werden und konnte nicht still sitzen. Officer Jones wusste, dass er etwas herausgefunden hatte. Daniel hatte sich verschlossen. Und das war ein Zeichen, dass etwas nicht stimmte. Und dann sprach er plötzlich. Ich muss Mama helfen. Ich mag es nicht, aber ich muss sonst... Sonst was? Er ist nur müde und nervös, unterbrach seine Mutter mit einem erschöpften Lächeln. Gibt es noch etwas, womit wir Ihnen helfen können, Officer? fragte sie. Es war klar, dass sie etwas verheimlichte. Officer Jones konnte es in ihren Augen sehen. Er konnte die gleiche Angst sehen, die ihren Sohn erfasst hatte, in ihren Augen schwimmen. Als er aufstand und seine Mütze aufsetzte, verabschiedete sich Officer Jones. Aber dies würde nicht das letzte Mal sein, dass diese Familie Eton sehen würde. Der Officer verließ das Haus mit rasenden Gedanken. Was er hier entdeckt hatte, war der Anfang von etwas Großem. Und er würde daran arbeiten, bis er herausfand, was es war. Mit einem letzten Blick auf das heruntergekommene Haus ging er zu seinem Streifenwagen und setzte sich hinein, bevor er losfuhr. Doch gerade als er den Motor anließ, geschah etwas, das seine Stirn runzeln ließ. Einer der Vorhänge des Wohnzimmers glitt zur Seite und ein paar kleine Augen hefteten sich auf ihn. Daniel, flüsterte Officer Jones. Die Augen des Jungen waren auf den Streifenwagen gerichtet und Tränen liefen ihm über die Wangen. Der Officer stand dem Wagen gegenüber und hatte das Gefühl, dass ihn jemand beobachtete. Es gab einen Grund, warum Daniel und seine Mutter so ängstlich waren. Jemand anderes hatte hier das Sagen. Es lag an Officer Jones, herauszufinden, wer. Dem Drang zum Abschied zu winken widerstehend fuhr der Officer schnell davon, nur um den Vorfall wenige Augenblicke nach dem Abbiegen um die Ecke zu melden. Er bat darum, dass der Einsatzleiter eine Analyse der Straßenaktivitäten durchführt, die er gerade verlassen hatte, um jegliche Informationen zu erhalten, die auf ungewöhnliche Vorkommnisse hinweisen könnten, von Gangverbindungen bis hin zu kürzlichen Einbrüchen. Die Ergebnisse übertrafen jedoch alles, was er erwartet hatte. Officer Jones, bekannt für sein Mitgefühl und seine Hingabe in seiner Polizeikarriere, war noch nie von einem Fall übertroffen worden. Obwohl er eine emotionale Distanz bewahrte, war sein Engagement für Gerechtigkeit unerschütterlich. Doch diese spezielle Untersuchung würde Herausforderungen mit sich bringen, wie er sie noch nie zuvor erlebt hatte. Vorerst musste er das Haus, Daniel und seine Mutter überwachen, ohne zu wissen, dass er selbst unter Beobachtung stand. Als er ins Präsidium zurückkehrte, fand Officer Jones einen Kollegen umgeben von Akten über die Straße und das Haus, das er gerade untersucht hatte. Die Akten enthüllten eine Geschichte der Gewalt und Kriminalität, die sich in diesem speziellen Gebiet konzentrierte, was Officer Jones entsetzte. Die Geschichte des Hauses selbst war düster, da es wiederholt auf den Markt gekommen war und eine Vielzahl von Verbrechen erlebt hatte, von Morden bis hin zu Drogenhandel. Sein Ruf in der Gemeinde war der eines verfluchten Hauses, wobei jeder Bewohner sein eigenes Unglück erlebte. Könnte hier eine unheilvolle Kraft am Werk sein? Oder gab es eine rationale Erklärung für die Turbulenzen? Mit seinem Hintergrund in Kriminologie war Officer Jones von einem logischen Grund für die anhaltenden Ereignisse überzeugt. Beim Studium des Gebiets erkannte er die strategische Lage des Hauses im Viertel, die sowohl Schutz als auch einen Aussichtspunkt bot. Seine robuste Steinkonstruktion unterschied es von den umliegenden Häusern und machte es zu einer Art Festung. Doch dieses Wissen klärte nicht das beunruhigende Verhalten der Frau und Daniel während seines Besuchs, was auf mögliche illegale Aktivitäten hinwies, angesichts ihrer plötzlichen Veränderung des Verhaltens, als sie ihn als Polizisten erkannten. Die berüchtigte Geschichte des Hauses und seine strategische Lage deuteten darauf hin, dass es als Zufluchtsort für kriminelle Operationen dienen könnte, eine Erkenntnis, die schwer auf Officer Jones lastete. Entschlossen, tiefer zu graben, nahm Officer Jones die Akten mit nach Hause, um sie nach einer kurzen Pause mit seiner Familie weiter zu untersuchen. Sein Plan für den nächsten Tag beinhaltete eine Rückkehr zum Laden, wo er Daniel zum ersten Mal getroffen hatte, um eine freundliche Geste zu machen und Lebensmittel für ihn und seine Mutter zu kaufen. Diese freundliche Tat sollte Vertrauen aufbauen, besonders da Daniel kurz davor war, etwas Wichtiges zu teilen, bevor seine Mutter ihn unterbrach. Officer Jones überlegte, ob sie einem Manipulation unterlag oder einfach nur in einer schwierigen Situation gefangen war, wohl wissend, dass verschiedene Umstände eine Mutter dazu bringen könnten, ihre eigene oder die Sicherheit ihrer Kinder zu gefährden. Die Unterscheidung zwischen den beiden Szenarien war entscheidend, aber für Officer Jones zu diesem Zeitpunkt unklar. Er parkte sein Auto ein paar Blocks entfernt vom Zielort und verbrachte den Morgen damit, auf Daniel zu warten, aber der Junge erschien nicht. Der Officer fuhr zum Laden und eilte zur Kassiererin, um zu fragen, ob Daniel seine täglichen Windeln abgeholt hatte. Die Antwort, die er erhielt, löste Angst und Panik in ihm aus. Er ist heute nicht erschienen, sagte die Kassiererin besorgt. Aber ein großer Mann kam zur gleichen Zeit, zu der Daniel normalerweise kommt. Er kaufte die gleiche Marke Windeln und ging in die gleiche Richtung, die Daniel normalerweise nimmt. Officer Jones wartete nicht auf eine detailliertere Beschreibung des Mannes. Er dankte der Kassiererin und eilte zum Auto, wissend, dass er so schnell wie möglich zum Haus der Frau gelangen musste. Der Officer fuhr in die Einfahrt der Frau, sein Herz klopfte. Er ging die Treppe hinauf und kündigte sich an, bevor er eintrat. Er fand Daniel und seine Mutter im Wohnzimmer stehen, als ob sie ihn erwartet hätten. Daniel, rief der Officer, geht es dir gut? Er wandte sich an Emily. Geht es euch gut? Doch bevor Daniel sprechen konnte, schwang die Haustür auf und ein Mann stürmte in den Raum. Emilys Augen weiteten sich vor Angst und Officer Jones stand instinktiv auf, um sich zwischen den Mann und den Jungen zu stellen. Die Augen des Mannes huschten durch den Raum und sein Gesicht verzog sich vor Wut, als er Officer Jones sah. Wer zum Teufel sind sie? knurrte er. Ich bin Officer Darius Jones vom Oakland Police Department, antwortete er ruhig, versuchend, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Ich habe mit Emily und Daniel gesprochen, um ihre Situation zu verstehen. Der Blick des Mannes wanderte zu Daniel und ein bösartiges Grinsen schlich sich auf sein Gesicht. Also stecken Sie Ihre Nase in Dinge, die Sie nichts angehen, huh? höhnte er. Nun, lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, Officer. Das hier geht Sie nichts an. Officer Jones konnte die Gefahr im Raum spüren und sein Training setzte ein. Er versuchte, nach seinem Funkgerät zu greifen, um Verstärkung zu rufen, aber der Mann hatte ihn im Auge. Er versuchte, die Situation zu entschärfen. Sir, ich mache mir Sorgen um das Wohl von Daniel und Emily und ich glaube, dass sie Unterstützung brauchen. Ich versuche nur zu helfen. Wer sind Sie? Familie? fragte er fest. Der Mann trat einen Schritt näher und Emily klammerte sich fest an Daniel, Angst in ihren Augen. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Ich bin ein enger Freund von Emily. Wir haben hier alles unter Kontrolle, knurrte er. Doch bevor die Situation weiter eskalieren konnte, kam eine Stimme aus der Tür. Ist hier alles in Ordnung? Es war Officer Hernandez, der Partner von Officer Jones, der ihm aus der Ferne gefolgt war. Officer Jones verspürte eine Welle der Erleichterung, wissend, dass er jetzt Verstärkung hatte. Wir reden nur, sagte er ruhig und hielt den Blick auf den Mann gerichtet. Kein Grund zur Sorge. Aber Officer Jones wusste, dass hier etwas nicht stimmte. Officer Hernandez beurteilte die Situation und seine Anwesenheit schien den Mann zum Nachdenken über seine Handlungen zu bringen. Warum treten wir nicht alle einen Schritt zurück und reden darüber, was hier vor sich geht, schlug er vor, um die Spannung zu entschärfen. Während die Beamten und der Mann ein angespanntes Gespräch führten, klammerte sich Daniel an seine Mutter. Sein junges Herz pochte vor Angst und Unsicherheit. Officer Jones wusste, dass dieser Mann kein Freund von Emily war. Er musste irgendwie mit der Mutter und dem Sohn privat sprechen. Doch angesichts der Umstände schien dieser Mann nicht zu gehen. Es war, als hätte er eine Art Macht über sie. Officer Jones konnte sehen, dass Daniel seiner Mutter keinen Schaden zufügen wollte. Er hatte einen Ausdruck von sowohl Angst als auch Wut, wenn er diesen Mann ansah. Wer war er? Und warum kam er so in ihr Haus gestürmt? Nach dem Gespräch mit dem mysteriösen Mann hatten Officer Jones und Hernandez keine andere Wahl, als zu gehen. Officer Jones fühlte sich schlecht, sie mit diesem Mann allein zu lassen und hatte immer noch so viele Fragen an sie. Zum Beispiel, was meinte Daniel, als er sagte, er müsse seiner Mutter helfen oder sonst? Bezog er sich auf diesen Mann? Am nächsten Tag machte sich Officer Jones wieder auf den Weg zu Emily und Daniels Haus. Er hatte eine schlaflose Nacht hinter sich und brauchte Antworten auf all seine Fragen. Er klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Er klopfte erneut und rief, Emily, Daniel, hier ist Officer Jones. Bitte macht auf. Ich muss mit euch beiden reden. Dann hörte er, wie der Schlüssel im Schloss drehte und die Tür langsam aufging. Emily schaute halb heraus. Tränen rollten ihre Wangen hinunter. Warum sind sie zurückgekommen? fragte sie. Ich möchte dir und Daniel helfen, aber ich, ich brauche, dass du mir sagst, wer dieser schreckliche Mann ist. Emily öffnete schnell die Tür und Officer Jones trat ein. Es war dann, dass er ihr Gesicht sah. Was ist passiert? Hat dieser Mann dich geschlagen? Emily ging ins Wohnzimmer, um sich hinzusetzen. Daniel hielt das Baby in seinen Armen. Bitte erzähl mir, was passiert ist, damit ich helfen kann. Emily brach in Tränen aus. Officer Jones wusste, dass er auf etwas gestoßen war. Dieser Mann war eine schlechte Nachricht. Er musste ihn stoppen. Er ist ein lokaler Gangboss und er verlangt von uns Schutzgeld. Wenn ich es nicht habe, schlägt er mich. Gestern hat er mich geschlagen, weil ihr hier wart und er wissen wollte, ob ich euch etwas gesagt habe. Ich kann so nicht mehr leben. Officer Jones' Herz sank. Er fühlte so viel Mitleid für Emily und ihre Familie. Aber bevor er ihnen dabei helfen konnte, musste er ihnen aus ihrer schlimmen Lage heraushelfen. Officer Jones wusste, dass ein vorsichtiger Ansatz notwendig war. Er wollte Daniel und Emily vor weiterem Schaden schützen, verstand aber auch die Komplexität der Situation. Armut, psychische Gesundheitsprobleme und häusliche Gewalt waren alle miteinander verstrickt. Und die Lösung eines Problems würde nicht unbedingt alles andere beheben. Emily musste einen Therapeuten sehen, um ihr durch ihre Depression zu helfen. Er wusste, dass er möglicherweise auch die Sozialdienste einschalten müsste, wollte aber nicht, dass Emily ihre Kinder verliert, weil sie keinen Job hatte und ihr Bestes tat, um für sie zu sorgen. Officer Jones wusste, dass sie ihr Bestes gab, angesichts der schrecklichen Umstände, denen sie gegenüberstanden und wollte helfen. Daniel sollte wieder zur Schule gehen. Er hatte Familien gesehen, die schwierige Zeiten durchmachten und sie überstanden. Er würde dafür sorgen, dass Emily und ihre Kinder aus dieser Hölle herauskommen, in der sie lebten. Er war besonders besorgt um Daniel. Er hatte keine positiven Vorbilder in seinem Leben. Officer Jones schwor, das zu ändern, auch wenn er selbst dieses Vorbild für ihn sein musste. Er sah Daniel an. Er wollte wieder privat mit ihm sprechen. Er wusste, dass dieser Junge eine schwere Last trug und alles, was er tun musste, war, mit ihm zu sprechen. Hey Freund, erinnerst du dich, als du sagtest, dass du deiner Mutter mit dem Baby helfen musst oder sonst? Was meintest du damit? Bezogst du dich auf diesen bösen Mann? Was war los? Wurde Daniel missbraucht? Es war dann, dass Emily sprach und klärte, was Daniel meinte. Mein jüngstes Kind, Lilly, leidet an einer medizinischen Bedingung, die eine ständige Versorgung mit Windeln erfordert. Was Danny meint ist, dass wenn er die Windeln nicht holt, es ein großes Durcheinander zu beseitigen gibt. Da sie sich keinen Vorrat leisten konnte, hatte Emily sich darauf beschränkt, täglich ein kleines Paket zu kaufen, um die Grundbedürfnisse ihrer Tochter zu decken. Officer Jones hörte aufmerksam zu und sein Mitgefühl wuchs mit jedem Wort, das Emily sprach. Er erkannte die Tiefe ihres Opfers und die tiefe Liebe, die sie für ihre Kinder empfand. Dies war eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit, von einer Mutter, die entschlossen war, ihre Familie zu schützen und zu versorgen. Aber warum ist Daniel nicht in der Schule wie jedes normale Kind in seinem Alter? Ich kann es mir nicht leisten, ihn jetzt zur Schule zu schicken. Die Bücher und die Transportkosten sind so teuer. Wir müssen dieses Geld für Essen aufheben. Danny versteht es, auch wenn er seine Freunde sehr vermisst. Officer Jones erkannte die dringenden Bedürfnisse von Daniel und seiner Mutter. Daniels Bildung und die Anstellung seiner Mutter waren entscheidend. Berührt von ihrer Situation sah er seine Rolle als Polizist in einem neuen Licht. Verstand, dass es um mehr ging als nur Gesetzesdurchsetzung. Es ging darum, eine sichere, unterstützende Gemeinschaft zu fördern und ihre Herausforderungen zu bewältigen. Officer Jones ergriff Maßnahmen und wandte sich an lokale Wohltätigkeitsorganisationen, Sozialdienste und Gemeinschaftsgruppen, um Unterstützung für Daniels Familie zu erhalten. Die Gemeinschaft versammelte sich um Daniels Familie und zeigte einen bemerkenswerten Geist der Solidarität und Freundlichkeit durch Spendenaktionen und Spenden, was die Stärke und Einheit der Gemeinschaft veranschaulichte. Parallel dazu war Officer Jones fleißig in seiner Untersuchung und zielte auf diejenigen, die Familien in Not ausnutzten. Er arbeitete eng mit seinem Team zusammen, um Beweise gegen diese Ausbeuter zu sammeln und ihre Präsenz aus der Gemeinschaft zu entfernen. Diese kollektive Anstrengung unterstrich die Widerstandsfähigkeit und den kooperativen Geist der Gemeinschaft, ihre verletzlichsten Mitglieder zu schützen und drückte Officer Jones für sein Engagement Dankbarkeit aus. Als schließlich Gerechtigkeit geschah und die Täter gefasst wurden, markierte dies einen Wendepunkt für die Gemeinschaft und Emilies Familie. Die Entfernung dieser Kriminellen ermöglichte ein erneutes Gefühl von Sicherheit und Hoffnung. Die überwältigende Unterstützung der Gemeinschaft ermöglichte es Emily ihre Depression anzugehen und eine Arbeit zu finden, während Vorkehrungen für Lillys medizinische Versorgung getroffen wurden. Daniel konnte seine Ausbildung fortsetzen, jetzt mit den Ressourcen, die er für seinen Erfolg benötigte. Diese Transformation war ein Zeugnis für die Kraft der Gemeinschaftsunterstützung und die positive Wirkung engagierter öffentlicher Diener wie Officer Jones. In Zukunft blieb Officer Jones ein standhafter Unterstützer von Emily und ihrer Familie und verkörperte die Rolle eines Polizisten als Beschützer und Verfechter positiver Veränderungen in der Gemeinschaft. Sein anhaltendes Engagement diente als Erinnerung an den tiefgreifenden Unterschied, den die Handlungen eines Einzelnen bewirken können und festigte seinen Ruf als Säule der Hoffnung und Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft.